die sony alpha 6100 schrägstrich 6600 das ist kein review oder ein testvideo ich hatte sie nicht in der hand das möchte ich ganz klar sagen ich möchte mehr aus meiner sicht als fotograf meine haltung und meine sichtweise zur kamera ein bisschen rüberbringen und ein bisschen auf die technischen dinge eingehen die sony vorgestellt hat ich kenne das alpha 6000er system schon viele jahre die alpha 6000 gibt es seit über fünf jahren glaube ich und ich arbeite auch seit mindestens genau dieser zeit mit der alpha 7 serie und kenne natürlich die vor und nachteile des systems und da möchte ich gleich einhaken und zwar hat sony die kamera ist die premium aps c kamera vorgestellt mit vielen neuerungen für mich ist es ein bisschen eine kleine mogelpackung man hat technik von vor fünf jahren in ein neues gehäuse gepackt und das ganze wird jetzt als die neue kamera verkauft das sehe ich ein bisschen kritisch und ich möchte auch sagen warum in den inneren werten hat sich nicht wirklich viel getan ihr habt zum einen einen sucher der nach wie vor wie bei der alpha 6000 ausgelegt ist beziehungsweise bei der a7 r2 und das ist wirklich nicht der beste suche wenn man vergleicht die fuji film xt3 hat einen viel besseren sucher beim gleichen preis leistungsverhältnis als die alpha 6600 die eos 200d hat ein komplettes multi touch display wo ich alles mitmachen kann wo ich swipen kann wo ich hinein zoomen kann wo ich mit gesten arbeiten kann ich kann die kamera komplett über das display bedienen genauso die 5d die mich gerade filmt geht auch komplett zu bedienen mit dem touch display finde ich eine sehr geile sache also wir als der generation die handys gewohnt ist kennt sich damit bestens aus und da frage ich mich warum hat sony nicht ein komplettes touch display hier eingebaut als premium aps c kamera finde ich gehört sich das heutzutage das ganze somit anzubieten das nächste was mir auch überhaupt nicht gefällt an der kamera ist der fehlende joystick heutzutage ist es mit joystick und touch display viel einfacher in der kamera zu bedienen und vor allem geht es auch viel schneller von der hand gerade wenn es ein bisschen hektisch ist und du vielleicht deine schnell spielenden kinder fotografieren möchtest als wenn du auf tasten drücken musst bist du dann den menüpunkt hast den du jetzt brauchst filmen in 4k mit 30 fps das kann mein iphone auch und die kameras die nicht aber die kann das auch ist nichts neues ok sony hat gesagt wir haben jetzt hier einen neuen chip eingebaut das heißt ihr habt jetzt den bildchip den bildprozessor der a9 verbaut dadurch soll die kamera unwahrscheinlich schnell sein das ist natürlich toll nichts desto trotz kannst du nur in 30p filmen also ich glaube wenn du ernsthafter filmer bist dann wirst du die kamera entweder gar nicht anschauen weil es nicht geht in 60p zu filmen oder du wirst mit einem externen recorder arbeiten wenn du mit einem externen recorder arbeitest kannst du aber auch die alpha 6300 oder 6500 nehmen also da gibt es auch wieder nicht wirklich einen anreiz diese kamera dann auszuwählen der sd kartensort da gibt es sei denn nur einen in der kamera und dann ist er auch sehr unglücklich hier unten platziert sony hallo kann man das nicht an der seite mit einbauen ich meine fuji macht das vor da kann man an der seite die sd karte rausnehmen hat zwei karten fächer gut ob man das braucht oder nicht braucht im absc bereich sei mal dahingestellt aber die möglichkeit dass du erstens ohne den akku rauszunehmen an die karten kommst und zwei karten fächer hast das ist doch genial also ich finde für 1600 euro markteinführungspreis hat man da zwei karten fächer zu implementieren und an der seite oder ich meine wenn ich bei der 200d hier unten dran muss um die karte zu wechseln alles okay das ist eine einsteiger spiegelreflex die ist gut aber da ist auch okay wenn man mit vielen dingen leben muss wenn du sagst du nimmst die alpha 6400 da kommst du glaube ich mittlerweile preislich besser weg jetzt wirst du sagen okay wenn ich damit filmen möchte habe ich aber eine bildstabilisierung des bildsensors direkt im kamera gehäuse okay ja das stimmt hast du bei der alpha 7 mark 2 auch okay aber ich kann damit vielleicht besser filmen oder bessere fotos machen bessere fotos du hast eine 24 megapixel chip drin der der gleiche ist wie in der alpha 6000 beziehungsweise 6300 und 6400 und zum filmen hast du zwar die stabilisierung im body was eine super sache ist aber du hast ein flaches s-log profil wo du bis iso 500 limitiert bist das heißt unter iso 500 kannst du gar nicht gehen weil es nicht geht warum verkauft sony so eine kamera und führt sowas ein wenn es denn doch besser geht ich denke dass sony auf jeden fall die alpha 7000 oder wie ich sie heißen mag im schubkasten hat und auch damit wartet und ich denke die wird auf jeden fall nächstes jahr veröffentlicht werden und dann werden sich denke ich einige ärgern die sich so oder so entschieden haben also ich würde momentan glaube ich gar nichts davon kaufen ich denke ganz interessant ist die alpha 6400 und ich glaube dass die 6300 und 6500 auch recht interessant werden weil sie eben im preis gerade fallen und ich glaube das ist auch ein bisschen das fazit von der ganzen sache der einzige vorteil dieser neueinführungen ist der wertverlust der vorgängerinnen weil man sie einfach jetzt günstiger bekommt und sie quasi kaum der neuen kamera nachstehen und ich glaube darüber solltest du nachdenken bevor du jetzt sagst ich werfe sie mal meinen amazon warenkorb und schau sie mir mal an schau dir mal die vorgängerin an ich glaube da wirst du schon einige vorzüge haben und wirst vielleicht gar nicht die neue kamera brauchen wenn euch das gefallen hat lasst mir gerne ein like hier und wenn ihr sagt hey du hast was vergessen schreibt es unter das video wenn ihr sagt testet doch bitte mal für uns beide kameras oder eine von denen mit einer anderen schreibt mir das auch unter das video dann kümmere ich mich darum und in diesem sinne hoffe ich es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt ein bisschen input bekommen in der zeit vielleicht ein bisschen zum nachdenken angeregt wurden in diesem sinne bis zum nächsten mal und tschüss